Herzlich willkommen zu unserer bereits vorletzten Einheit. Heute wollten wir doch noch über Biegung und Torsion sprechen. Genau. Lasst uns das Ganze deshalb an einem geraden Stab betrachten. An unserem geraden Stab sollen zwei entgegengerichtete Momente an den Stabenden angreifen. Der Stab ist aber ideal, sodass nur reine Biegung auftritt. Das bedeutet, dass alle Querschnitte Symmetrieebenen bleiben und sich die Schnittufer nahtlos zusammensetzen lassen. Auf diese Weise verschwinden sämtliche Schubspannungen. Also treten nur Normalspannungen auf. Ganz genau. Für schlanke Stäbe ist die Biegespannung Sigma X dann einfach, das Biegemoment dividiert durch das Flächenträgheitsmoment mal den Abstand Z zur neutralen Faser. JY ist dabei einfach das Flächenträgheitsmoment, eine rein geometrische Größe. Das heißt, die Spannung ist am Rand des Stabes am größten. Genauso ist es, denn die Extremwerte der Biegespannungen liegen an den Randfasern mit den Abständen E1 und E2 zur Nullfaser. Deshalb lässt sich über die Randfaserabstände auch eine weitere Größe definieren, nämlich das Widerstandsmoment. Damit wird die Formel zur Dimensionierung gegenüber Biegung zu Sigma 1. Auf der Zugseite ist das Biegemoment MY durch das Widerstandsmoment WY1 und auf der Druckseite ergibt sich die negative Spannung Sigma 2 aus dem Biegemoment MY dividiert durch das Widerstandsmoment WY2. Die Widerstandsmomente wiederum lassen sich ganz einfach in einer Tabelle finden. Und wie schaut es jetzt mit der Torsion aus? Im Prinzip sehr ähnlich. Wir betrachten wieder die reine Torsion. Hierbei haben wir es mit einem Torsionsmoment MT zu tun, das zu einer Verdrehung des Stabes, genannt Theta, führt. Die Verdrehung Theta entspricht dem Verdrehwinkel DH pro Längeneinheit DX. Eigentlich einfach. Dann gibt es aber auch sicher wieder ein Flächenträgheitsmoment, oder? Genau. Hier ist es allerdings das sogenannte polare Flächenträgheitsmoment JP für unseren Kreisquerschnitt. Und wir haben jetzt den Radius R als maximalen Randfaserabstand. Sonst sieht aber alles so aus wie bei der Biegung. Genauso ist es. Alles klar. Super. Jetzt sind wir fit für unser Abschlussbeispiel. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020